Bist du still jetzt? Ich? Nee. Hm? Du nicht. Na, dann muss ich erst mal an uns gewöhnen. Ich trinke ganz gemütlich meinen Kaffee in jedem Fall. Oh, Kaffee. Vor mir oder hinter mir? Die viel wichtigere Frage, wen haben wir? Das hören wir gleich. Ein Ghostface. Oh, was? Ein Ghostface? Sicher? Nee, ich habe mich noch nicht gesehen. Könnte auch Michael sein, so still wie es ist. Ja. Es ist echt zu ruhig, ne? Wie nennt man ein schlaues Gemüse? Oh, gleich noch Party. Das ist Party. Das ist Party. Ah. Wie schön. Ich weh nicht mehr. Da wird jede Flucht zur Party. Fricka, nicht mehr. Ich muss hier raus. Ich muss hier weggehen. Ich muss weg. Schön. Ich sitze schon auf der gleichen Wellenlänge. Das ist gut. Ich muss raus. Ah. Mami, ich muss raus. Warum chastest du mich jetzt? Was bist du für einer? Ja, er will nicht. Hier, friss Flashback. Komm mit Flashlight. Flashlight? Ich mag sie doch. Er kümmert sich gleich. Das ist ein Er. Oh, warte, 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 warte. Das ist ein Er. Da kommt die sexy Schwimme. Hallo. Raunen. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Oh mein Gott, ja. Was? Wie geht's dir? Ja, ganz okay. Ganz okay. Und das bitte jetzt in eine andere Schwimme. Bitte. Hallöchen. Es geht mir ganz okay. Es ist völlig in Ordnung. Das war's schon. Über die Gründe für das, was ich eben geschrieben habe, können wir uns ja dann nochmal privat unterhalten. Oh ja. Was? Ich weiß ja, dass ich hier an der richtigen Stelle bin, um solche Witzige zu machen. Das ist ja... Ich würde das sonst nirgendwo tun, nur hier. Ja, hier darfst du das auch. Ja, das ist gelogen. Es gibt auch noch ein, zwei weitere Stellen, wo ich auch das machen kann. Aber... Aber hier auf jeden Fall. Oh Gott, der kommt! Ich will nicht, dass du kommst. Hallo? In dein Face. Wie war denn so dein Tag, mein Lieber? Ähm, großartig. Großartig? Also sehr faul, muss ich dazu sagen. Also wirklich. Echt? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab ein bisschen... Ich hab ein bisschen Musik gemacht und so und das war alles. Naja. Ist doch nicht faul. Ist doch nicht faul, genau. Kann auch anstrengend werden. Oh, der wollte wirklich dich. Und wie geht's euch? Ja, ja. Schlechten Menschen und so, weißt du doch. Ich kenn dich. Ich weiß. Ich kenn dich zu Genüge. Der tut jedes Mal immer ein bisschen weh. Ich darf schon den wenig im Keller haben. Das macht man nicht niesen, ey. Oh mein Gott. Das hab ich knallen lassen. Eule! Ja, warum machst du sowas? Mann, du machst mich nervös. Oh, weil ich mich wieder anfassen wollte? Ja, ja. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Wo seid ihr? Ich will auch. Oh ja. Ich will auch fummeln. Oh nee, ich will doch nicht fummeln. Wui. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm. Ach, wie langweilig. Ja, komm. Fau mich noch mal, dann ist deine Tätigkeit vorbei. Das weißt du wirklich. Oh Gott, er kommt. Aua, sag er mal. Nein. Aber eins kann ich sagen. Ja? Das sind die einzigen DVD-Runden, die ich persönlich kenne, wo es den Spielern wichtiger ist, sich anzufassen, als vom Killer gehittet zu werden. Also das sind so lebensmühe hier alle. Ja, hallo, anfassen ist wichtig. Ja, klar. Aber sowas von. Aber sowas von. So, wo seid ihr? Ich will euch anfassen. Wo seid ihr bitte? Im Großen. Im Großen. Im Großen? Nee, im Main. Ach, du hast einen Groß. Ach so, ich verstehe. Ui. Ui. Und wenn jemand dann fragt, was ist denn dieses DVD? Ach, das ist das Anfass-Spiel. Ja. Genau. Nein, ist Pinky. Klar. Das ist eine Legende. Ach so. Warte, ich will anfassen. Oh ja. Warte. Anfassen und knallen. Lass mich nicht mal anfassen und dann knallen. Lass mich nicht mal anfassen und dann knallen. Ja, schön. Kann man so nennen. So, Eule, warte. Schleppt immer einer irgendwen ab und so. Ja, ja. Der gammelt ja bei dir. So ein bisschen. Geh weg jetzt. Hör auf zu kämpfen. Du hast kein Silt dabei. So seltsam. So seltsam. So seltsam. So seltsam. So seltsam. So seltsam. Vielleicht morgen schon. Ja. So seltsam. So seltsam. Wow. Das glaube ich jetzt mal nicht. Doch. Aber nicht von dem. Oh. Ist einer, der nachher ins Zelt. Ich bräuchte meinen Heal. Nein. Hi. Oh, da bist du ja schon. Oh. Oh. Ja. Eigentlich musst du mich selber gelesen vorher. Ah. Entschuldigung. Ja, bitte. Warte. Oh. Dann darf ich die doppelt anfassen. Geil. Yay. Einmal reicht nicht. Ja. Ja, ja. Oh. Tiefer. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Ihr seid perfekt so, wie ihr seid. Oh. Oh. Jetzt ich bitte. Oh Gott. Ja. Ja. Ja, ja. Oh. Wir wollen hier nicht zu. Vorsicht. Vorsicht. Der guckt gleich zu. Er will mitmachen. Ich muss mich genießen. Oh. Warte mal. Ich nehm mir die ab. Hallo. Oh. 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 Oh, warte. Ich will auf dir. Warte. Jetzt leg die Beine auf. Ey. Was soll denn das? Ich wollte doch nur ein bisschen spielen. Meine Güte. Ich will auf dir spielen. Oh. 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 den Pupf. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Fasst mich an. Ja. Er kommt zu euch. Ja. Obwohl, er macht erst die Palette. Haha, egal. Ich bin weg. Ich hol dich runter, ja? Ich hol dich runter, ja? Ich bin kaum nicht mehr klar. Die Warnung hat echt nicht gereicht. Nee, hat nicht. Angebote hier. Was? Was? Angebote? Okay. Okay, cool. Okay. 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 Das macht so gut. Sauber. Also, kann dich jemand mal abhängen? Ja, ja. Ich komm doch schon. Ich hol dich doch schon runter. Ja, wenn du willst. Sehr gut. Ich will dich doch schon aufpassen. Das ist eigentlich ein Schandes, dass ich Dakota noch nie gehört habe. Noch nie. Noch nie? Noch nie. Was? Also, das eine Mal, wo wir Phasmus spielen wollten, war sie komplett. Aua. Ist dein Ernst? Ja, es ist mein Ernst. Ja, es ist mein Ernst. Ja, in dein Gesicht, Boy. In dein Gesicht. Oh, ja. Das hat so gut. Entschuldigung, ich muss hier vorbei. Oh, nein. Oh, ich hänge. Kappenhänger. Killa-Forki. Aua. Hey, Carmen. Hallo. Hast du wieder abgeschmiert? Ja, mag sein. Nicht umsonst bin ich die Abspielkönigin. Aha. Mag die nicht hinter mir? Sie haben die Bestellung verkauft. Was? Aha. Oh, nee. Nie. Nö. Das ist so cool. So, kriegste den auch ab. Hast du nur davon. Das tat auch so gut. Oha, Carmen. Warum bist du jetzt so? Ich hab's doch gesagt. Wie geht's dir, meine Liebe? Und Essen war auch kalt. Wow. Hätte ich nicht gezahlt für, Shadow. Hätte ich nicht gezahlt für. Aua. Oh nein, mach nicht diesen. Oh mein Gott, ich hab's schon wieder knallen lassen. Ich hab auch gegessen und einfach gegangen, richtig so. Ich hab schon wieder knallen lassen. Das ist unangenehm. Das machst du doch extra. Vielleicht. Ich mag das. Ja. Ja. Es ist gut, wenn's knallt. Oh, oh ja. Was? Was soll's denn? Ja. Ja. Aber. Ja. 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 Ich geh da zum Ausgang und geh raus. Ja. Zieh mich in Ruhe. Ja, er kriegt mich auch, weil hier nix mehr liegt. Da, da vorne war eine. Siehst du da vor dir? Also Fake News. Super geht's, Nation. Und dir? Aber Shado, das hätte ich auch gemacht. Aufgegessen und wär gegangen. Wohin los. Wenn sie dein Essen vertauschen. Und wenn auch noch kalt. Also, das geht gar nicht. Zum Glück hast du es nicht bestellt, nach Hause geliefert. Und ja, dann... Nee, nee, er ist essen gegangen mit seinem Vater. Genau. Ja. Wenigstens war das nicht zu Hause. Boah, der hätte ich angerufen. Das glaub mal. Der hätte schon Vertakt erzählt. Aber da kann ich auch schon sein. ーー. So Tibet did Är quarter weiter. Es geht einfach mal nach Hause. ens na Sharma. Wir machen's doch aber zu Hause. Inscre funded? Ja, wir machen's das Kon diplomat Charakter. Wir machen's die Non automatt windows für Trying Do Joe. En getan haben wir alle.